Und Flucht! Schnell! Ja, Flucht! Nicht drauflagen! Der ist... Du bist ein Spacko! Jetzt ist doch gleich Nacht! Jetzt müssen wir dich hier wieder benehmen, wo... Na, ist egal, ich lass es da liegen. Lassen wir alle beisammen, ausgezeichnet. Es ist ja dunkel! Ja, es ist dunkel, es ist in der Nacht. Ich war hier nämlich schon mal ein bisschen um die Gegend anzuschauen. Ich sag mal, herzlich willkommen liebe Zuschauer zu diesem... ähm... Let's Play Together mit... Schrödingers Cookie, dem lieben Migo von... Oh, sag's doch bitte nochmal! Virus Infekt! Und mir selber, Cannelloni von Let's Play Double Time. Wir spielen hier... Gott, was spielen wir denn überhaupt? Don't Start Together heißt das Ganze! Wir haben zweimal den Blinden Wilson gekriegt. Warum hast du einen Strohhut auf? Warum ist mir da Strohhut auf deinem Kopf? Ja, weil ich eben schon ein bisschen drinnen bin und schon ne Axt hab und ne Rüstung... Oh, hoppala! Ach so, die hat ausgesählt! Ja, ja, ich wollte Feuer nicht ausmachen. Feuer frei! Ah ja, ich sehe mich auch jetzt so leer. Ja, ein bisschen links... so nach links... äh... Aber hier links ist ne Siedlung und so'n Monster. Aha! Aber das hätte ich noch nicht angreifen. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich bin Axthaben oder irgendwas... Wärst du alles abgegraset? So ne Frechheit! Ja, hier kommt, kommt, folgt dem Weg nach links... Nach links ist es... Das ist eine Siedlung, eine Pickhau-Siedlung. Oh! Nice! Da komm ich, da komm ich hin. Komm mal her! Ja, komm her, komm her. Ich folge gut Steinfahrt, das ist... Verdammt, ich glaub das. Was macht ihr denn? Ja, wenn da ein Wald gewesen wär, hätte ich ihn jetzt durchgelassen. Dann hätte er dann alles schön für uns abgeholzt. Ach so, okay. Guter Trick gewesen. Das ist ja sehr elegant gewesen. Aber, aber... Ah genau, ja, prügelt euch mal. Das ist mal ne gute Sache. Die Leute aufeinander hetzen. Feine Sache das. Weil, ähm, genau, diese Scheiße, die die droppen, ist sonst nicht so einfach zu bekommen. Ja, mach den mal da hinten, ne? Ich lass mich da gar nicht aufhalten, ähm. Dann verwüstest du so lange deren, deren, äh, Holunderbären hier. So, so, hätten wir, hätten wir. Bisschen Gras mitnehmen. Was ich jetzt immer noch nicht habe, ist ein Stein, um eine Axt zu bauen. Aber gut. Nein, ich wollte nicht den Schweinemenschen umhauen. Hoppala. Die sind immer sehr ungeheilend dann auf einmal. Ganz fürchterlich. Hier ist schön geradeaus weiter. Hier ist der, hier ist der Ding. Oh krass. Boah. Nein, Mann, 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 Mann. Halt, ich will auch was. Wartet. Boah, Mann, 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 Mann. Ja, Quatsch, ich meine, der kann nicht so schnell kaputt sein. Oh, Gott. Dann müssen die Schweine ziemlich abgegangen sein. Was, das, das da ist so... Willst du es wirklich aufheben? Das ist ein, das ist ein, ähm, magischer Baum-Ding ins Kirchen. Oh, oh, die Blumen will ich nicht auf. Oh nein, hier sind schon Schweinespuren. Die machen dann Müll. Aber, da kannst du später Nightmare Fuel draus machen, das ist ganz wichtig. Okay. Und damit kannst du dann irgendwann dann die Winchelrute bauen. Ich hab das noch nie gemacht, aber ich hab's in einem Tech-Tree gesehen. Dass du für die Winchelrute Nightmare Fuel brauchst. Drei Stück, glaub ich. Die kannst du aus Evil Flowers machen. Ich hab noch keine Axt, Leute. Was macht ihr denn da alles? Hat irgendeiner bei euch fließt? Nein, deswegen hab ich auch keine Axt und keine Pickaxe und nix. Ich bin völlig... Oh. Was? Du bist ein Spooky Ghost. Oh nein. Ich bin die Axt jetzt da. Ja, Axt aufheben, Axt aufheben. Ja, cool. Freunde looten. Was muss ich denn tun als Geist? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen die Spinnen töten, die droppen irgendwas ganz bestimmtes. Echt? Weißt du das, Streber? Ey, ich hab das schon gespielt. Das ist ja fürchterlich. Ich sammel jetzt immer den ganzen Scheiß aus dem Geist. Nicht, dass alles wegkommt, weißt du. Da ist noch eine Spinne. Oh, was ist jetzt passiert? Das sind drei Spinnen. Ich kann die Spy der Haunden. Flint. Dann hauen sie sie mal, tu's schnell. Nein, mach's nicht. Tu nicht die Bäume oder so etwas als Geist an. Ah, 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 ah. Aua. Du wächst dann mit Monster, ne? Ist nicht gut. Bummelt. Was denn? Wer denn? Ha, 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 ha. Stirb. Jawohl. Ja, wir sind voll informiert. Ja, guck. Ne, mach das machen. Das machen schön die Schweine. Oh, eine Spinndrüse. Die nehm ich mit. Wo bin ich denn der Rucksack her? Ach, das ist deine, ne? Die Spinndrüse ist dieses rosa Ding da, ne? Alter, das ist viel Scheiße. Verliest der vollen Überblick. Ich ess mal was aus, aus. Du? Okay, alles klar. Cool. Und jetzt? Sieht ihr mich überhaupt? Ja, ja, wir sind es. Ja, ja, du bist von hier. Okay, gut. You could use a heart. Was hab ich denn so? Ich hab Honey Potis. Ich hab Flint. Du hast das Spider-Cland, oder? Ja, die hab ich eingesammelt. Hast du auch, äh, drei Gras? Ich hab drei Glas. Glas. Glas, Gras. Ja, hab ich. Dann musst du auf Survivor gehen. Und dann ganz oben. Telltale Heart. Genau. Das zieht dir aber eben ab. Das hätte ich vorher gesagt, vielleicht. Oh. Egal. Für Freunde mach ich ja alles. Und. Ta-da-da-da. Alright. Danke sehr. Danke, dass ihr Kanelloni geholfen habt. Besuchen Sie wieder unsere Ressenz in der Pizzeria. So. Aber warum wir schon mal hier sind? Lass noch mal hier das, 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 ähm, die Seide mitnehmen. Hm. Äh. Meine. Access von A-Spielung. Ja, deswegen machen wir es sehr weg. So. Mitkommen. Auch mitkommen. Was haben wir denn noch so? Hier sind noch vier so Stöckchen. Ne? Ach, das ist ja cool. Dein Korps liegt da immer noch rum. Dein Leichnam. Brauch ich irgendwas? Ne, ne? Ich bin eigentlich ganz gut ausgerostet mit Dingen. Steinchen. Ja, aber, also, ein fertigen, also ein hübschen Stein oder ein normalen Stein. So einfach in die Axt verbauen. Ne, jetzt kommen wir mal raus. Ach so. Alter, was machst du denn schon wieder? Ah! Nicht so viel. Die hätten wir, so. Die hätten wir auch. Die haben wir fast. Ne, jetzt, hau zu! Sonst, genau. So, hier, Spinnendrüsen. Ähm, nicht vergessen, dass es bleibt dunkel wird. Das wäre ja peinlich. Ich geh mal kurz hier hin, ob da noch Spinnen drin sind. Hallo, ich kauf mal an. Mit meiner Axt. Ah, ha, ha, ha. Das sieht gut aus. Habt ihr Essen so? Ja, so ein bisschen. Ich hab nicht, äh, eine Beere hab ich ja irgendwie mal. Ich bin vergiftet! Ihr Schweine! Du bist vergiftet? Ja, was machen Spinnen nach und zu? Ja, was machen Spinnen nach und zu? Erstmal eine Drüse. Weil so schnell kriegen wir es, glaub ich, oder? Ne, wir wollen eine Science-Maschine, um überhaupt diesen Prototypen zu bauen für... Ihr wisst schon. Das halte überhaupt nicht. Also echt wenig jedenfalls. Ach. Absolut. Ich weiß nur, dass ich überleben muss und dass ich Dinge machen kann und so. Ja, du kannst, äh... Ja, ich hab ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, du kannst, äh... Ich brauch jetzt mal die... Ja, ich pflanz die jetzt mal hier hin. Besser als wegschmeißen. Stimmt. Ähm, du kannst, wenn du die Science-Maschine hast, kannst du, äh, mit den Spinnendrüsen und ein bisschen Asche zusammen, kannst du... Oh, ein Grapp. Ähm, Vorsicht. Ah, weg vom Trapp. Das tut deine, äh, Gesundheit. Das ist kaputt, Mann. Außerdem haben wir eh keine Schaufel, um den auszuheben. Jedenfalls kannst du dann... Ich muss was essen. Was essen? Mhm. Was ist eine Birknut? Something inside. Äh, ach, das ist eine Kastanie oder sowas, ne? Was zu essen? Ich hab, ähm, Karoten dabei. Guck mal hier. Zwei esse ich. Das sind zwei. Hopps. Yeah. Hau rein. Nein. Pilze lass ich liegen, die sind mir suspekt, weil man dann nie weiß, was die machen. Also die machen immer eins gut, eins schlecht. Oh, ich hab noch Blüten, die fress ich auch mal ab. Genau, die Blüten. Ich muss ja nicht essen, aber mitnehmen kann man sie. So, ich würd mal sagen, lass uns mal ein Lager aufschlagen. Es wird vielleicht ziemlich dunkel. Und das ist ja immer schlecht. Ich mach mal eins. Ich mach dann vor... Ja? Okay. Ah, gut, hab ich einen Platz da? Ja, dann mach doch auch. Ja! Sie hab keinen Platz. Man! Ich bin im Stress! Um Gottes Willen, ey. So. Dummdi-Dum. Das sieht doch alles ganz pittoresk aus. Äh, ja genau. Ihr habt einen Stein für meine Axt? Einen Stein für deine Axt? Äh, nö, hab ich nicht. Flint. Das hab ich nie. Ich hab Rot eingesammelt. Warum? Warum tu ich sowas weg damit? Das ist noch mehr Holz. Noch mehr Holz gräu ich nicht. Jetzt brauchst du viel Platz. Dark Petals. Äh, behalte dich mal. Hab ich ja vorhin erklärt, warum. Gears! Das ist cool. Das ist voll seltsam. Ich hab den immer vergiftet. Den hab ich auch. Honey-Booties. Der heilt einen auch. Oh, hör mal nicht mal. Das ist irgendwie so, wenn's... Doch, doch. Aber das schmeißt. Für die Nacht. Ganz easy. Nein, nicht hinschmeißen. Das ist für das Wahnsinn. Ähm, du würdest was fressen, ne? Ein paar Samen. Moment. Gib dir auch noch mal was. Ja. Natursperma. Kannst essen. So. Ah! Kann man die pflanzen? Ach, die kann man pflanzen. Dann pflanzt man halt Bäume. Nur andere. Pflanze. Pflanze. Ist das die Samen oder nicht? Dann nimmst du wieder mit. Geh mal ein bisschen auf Verkundungstor. Dann nimmst du wieder mit. Ja, dann macht das nicht. Hier ist übrigens hier Sumpt. Lass uns mal ein bisschen Ried sammeln, ohne uns von den Tentakelmonstern vergewaltigen zu lassen. Schwupps! Weil da kann man... Tentakelmonster. Ja, und Lila sind's auch noch. Und Stachelich. Ähm, aber die können sich nicht bewegen. Die kommen halt da raus. Oh, hier da! Chesty! Zu mir! Ich hab Chesty gefunden! Ich hoffe... Was? Chesty? Das ist, ähm... Ne, du weißt schon. Chesty, da! Oh mein Gott! Der ist toll! Der ist nicht nur niedlich, sondern der kann auch noch scheiße fressen. Also... Sachen tragen für dich. Meistens Kot. In meinem Fall. Irgendwann musst du's ja machen. Hier, lass uns sagen. Lass uns noch mehr sagen. Lass uns noch mehr sagen. Folgt der uns jetzt, oder was? Ja, der folgt dem, der den Augenknochen hat. Den Eye-Bone. Naja, der ist ja so ein bisschen wie so'n Hund, weißt du? Und der läuft halt irgendwo her, der das Ding hat und der ist halt so'n Extrawuxer quasi. Total praktisch. Und beim derzeitigen normalen Let's-Play suche ich den immer noch wie einen Beklopter. Ich hab immer noch keinen... Hier ist, ähm... Hat jemand vor euch ne PKX? Ne Spitzhacke? Äh... Nein. Ich suche selber gerade nach Flint und alles. Okay. Alles klar. Dann mach ich das auch mal. Ja, wir müssen hier Flint suchen, denn für die einfachsten Gegenstände braucht man halt das, was man nicht findet, natürlich. Hä? Auf Tab ist ja gar nicht mal die Karte, wo ist denn die jetzt? Weiß das zufällig wer? M. M? Denkst du denn sowas aus? Gut, die sind ja völlig anders aus. Ich mein, egal. M-Map. Ach! Schnickschnack. Glaube ich nicht. So, bisschen... bisschen Blüten futtern. Aber ich bin wieder halbwegs fit, das find ich beruhigend. Das lässt sich auch so leicht ablehnen. Jetzt hat man wieder ein paar Stöckern vorbei, die kann man ja nicht stehen lassen. Dann habe ich einen völlig anderen Auftrag. So. Äh... Wobei... Gras pflücken ist, glaub ich, nicht schlecht, weil Feuer frisst Gras. Und ich hab nicht mehr viel. Oh, hier liegt ja noch Seite rum. Wir werden da so leicht sind, das einfach liegen zu lassen. Mitkommen... Ach, das waren wir gar nicht. Da haben sich die Schweine mit den Spinnen gekloppt. Und die Schweine haben augenscheinlich gewonnen. Die Früchte ihres Sieges nehmen wir jetzt mit. Das ist ich. Oh mein Gott, eine Spinne. Und ich hab nur ein Windrädchen. Was ist denn das? Totschick. Was kann das? Kann... Weiß ich nicht, aber man kann's bauen. Und wenn man sich bewegt, also dann... Ansonsten ist es still. Ist das strollig. Ich gehe, es bewegt sich. Ich bleib stehen. Ja, ja, ich... Ich will den Schmetterling jagen. Stürb, Schmetterling! Oh, ich muss so scheiße kriegen. Ich bin ein Eintrachter! Ich muss... Ich muss die Tassenbegung unten liegen. Das ist ja nervig mit der Karte auf... Hier unten ist ja gar nichts. Hier müssen wir nicht weitergehen. Nee. Also der ganze Wald hier ist alles Wald. Wald, Wald, Wald. Das sind Spinnen und sonst nicht viel. Oh Gott, ich hätte endlich mal einen Flint gefunden. Großartig. Aber die liegen doch eigentlich in den normalen Startgebieten, in diesen Ebenen, da mit Gras und so. Da liegen die doch rum. Wie Sand am Meer, sozusagen. Oh, Gold. Gold? Gold ist gut. Ja, liegt einfach so rum. Oh, cool. Die Schweine pulmieren sich mit den Tentakeln. Ich unterstütze das. Ich würde mich auch bereit erkennen, dann irgendwie jemanden noch in den Rücken zu fallen. Oh, Miet! Ja, aber Vorsicht, du hast den Tentakeln. Schnell weg! Die sind ausgesprochen schlecht gelaunt. Traditionsgemäß. Ja, ich bin... Tentakel sind Freunde. Sag mal, wo ist denn der Miet? Wie sieht man das auf der Map? Nur wenn er nah genug dran ist. Ja, ich glaub schon. Hier waren wir ja schon. Wo bist du denn? So in Sorten. Ja, ja. Ich würde auch zum Abend hin dann nochmal grad zum Portal laufen. Ja, ich geh auch mal zurück. Weil, äh... Da geht's im Portal? Okay. Ja, 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 genau. Wo waren wir jetzt überhaupt? Da hinten. Das ist jetzt zum Glück eingezeichnet. Praktisch, praktisch. Oh Gott. Ich find hier keinen Nahrung. Hier sind Samen. Ja stimmt, Nahrung ist ein Problem, ne? Ja. So hobertechnisch sieht's übel aus. Wobei, wir haben ja noch... Hat nicht gerade ein Kotlet eingesteckt? Nein! Mein cooler Ding ist kaputt gegangen. Ich hab Beeren gefunden. Hier! Beeren! Da wo ich bin. Falls mich jemand finden kann. Karotte... Beeren... Karotten dabei. Die können wir uns dann... Äh... Des Nächten zu Gemüte führen. Karotchen und so. Ja, Karotten sind sogar gut. Wo ist das Portal? Hier rechts nochmal. Hier sind auch Samen. Hier sind Samen. Hier war unser komischer Monsterfreund. Der jetzt... Ah ne, der ist ja tot. Der hat mich da rum gekloppt. Der war's echt... Du bist ihm immer in den Rücken gefallen, wenn er sich gerade mit irgendjemandem beschäftigt hat, ja? Hm... So wie sich das gehört. Ja, ja. Er hat gekaltet. Okay, ich tapse immer hier vorne ein bisschen rum. Beim Portal. Aber ich bin schon da. Das sind ja krasse Bäume, ey. Gibt's früher nicht. Also... Also ich kann ein paar Paddles und so. Eine Karotte abgeben zum Essen. Ja, Karotte haben die auch dabei. Ich bring noch ein bisschen Gras mit. Damit was zu tun haben im Lagerfeuer. Du hast medizinischen Zwecken. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich hab Rücken, ich hab Rücken. Das was? Rücken. Ich muss kiffen, ich hab Rückenschmerzen. Ja, wie ist das denn schon? Mein Rücken ist blind, meine Augen sind grau. So. Bisschen Stöckchen noch dabei. Chesty, wo ist denn Chesty jetzt eigentlich schon? Der muss doch hier in der Nähe rumhopsen. Da! Chesty ist irgendwo unter dir. Der heißt ja eigentlich Chester, ne? Aber... Aus Traditionsgründen und so. So, was kann ich den nochmal geben? Die Pigskin kann er noch haben. Das brauchen wir auch nicht alle Tage. Wir können ihn ja bei Chesty User. Hm. Bone Shards! Bits of Bone. Ja, da hast du recht. Kann man nicht anders sagen. Okay, ich hab immer so ein bisschen Kreml abgegeben, wie man es nicht jeden Tag braucht. Ach klar, okay. Naja, beim Portal halt. Du bist Wolfgang. Wolfgang finde ich auch total unpraktisch, ehrlich gesagt. Ja. Ich hab mich auch nicht gefreut, als ich den gesehen hab. Der hat ständig Knast, totales Loch im Bauch und diesen Bonus, dass er stärker zuschlägt, hat er ja nur, wenn er satt ist. Und das passiert einmal in drei Jahren. Und er hat Angst vor Monstern. Ah, das auch noch, genau. Und dann ist da nicht viel getrunter. Ja, ihr könnt doch mitkommen nach oben, oder? Da unten ist ja nichts. Wir haben noch ein bisschen Licht, dachte ich. Hier oben können wir nichts... Mich? Mich? Auf gar keinen Fall. Oh, da sind grad Berries aufgetaucht. So, spawnen die grad wieder, dann müssen wir den alten Weg nochmal ablaufen, dann kommen die grad alle wieder. Oh, jetzt können die wieder weglaufen. Wo seid ihr denn? Beim Portal, da ist ein schönes Feuer. Alles klar, da komm ich da auch hin. Und man sieht ganz klar, auf jeden Fall Organisation ist unsere Stärke. Das ist gut. Das ist ganz wichtig für so ein Spiel. Kann man eigentlich... Oh, man kann Bären kochen, das mach ich. Was passiert dann? Was hab ich? Roasted Berries. Das ergibt Sinn. Oh, die sind aber viel besser. Kochen. Kochen. Komm, ich hab's dir grad... Ich hab's dir gegeben. Kochen. Die machen ja sogar gesund. Das machen normale Bären nicht. Ey, das sind meine. Achso, ne, das sind nicht meine. Aber jetzt sind's meine. Dumm, die Dumm, will doch niemand was? Ich würd sonst jetzt... Ja, es gibt so zwei Bären schon... Die machen... Ja, hier, guck mal. Ich hab nur eine geklaut. Ähm, die machen ja... Nicht vergessen nachzulegen, Kinder, ne? Was man auch mal ruhig machen kann, ist sich so eine Notfallfackel zu bauen. Das mach ich jetzt mal. Ich hab immer eine Notfallfackel im Rucksack, falls mir irgendwie vor den Höllenschweinen des Todes, die keine Angst vor Feuer haben und mich fressen wollen, weglaufen muss. Und dann auf einmal wird's dunkel und ich kann kein Feuer machen. Alles schon passiert. Nimm ruhig, äh... Nimm ruhig, äh... Hier, Migo. Achso. Ja, ich... Ich bin satt. Ich hab nur noch, ähm... Helf-mäßig so ein bisschen Probleme. Guck mal, ist das... Also... Aufheben, aufheben, aufheben. Nach Flints suchen, weil ohne eine Axt schaut man blöd aus der Wäsche, so wie ich jetzt... Ach genau, stimmt. Das wollte ich dir ja noch geben. Was? Hast du Flints? Ja. Mann! Warum laufen wir dann hier rum? Migo, jetzt bleib stehen! Ich will so ein Ding haben! Ich will nur Lulisana! Ja! Also... Ja, Flints hat er doch jetzt alles! Kann er nicht alles! Kinder! Aber erst mal... Ui, Sam. Samen müssen mit. Möchte ich mal ein Windrat wieder machen. Das ist so geil! Also ich geh mal jagen in der Zeit. Warte doch, wir kommen doch mit. Wir könnten uns auch mal Rüstungen machen, ne? Nein. Oh, was ist das denn? Ein Wurmloch. Wurmloch. Du da mal deine Sanity wegmachen. Dann hat jemand einen Clown gefrühstückt, als er das benennen musste. Ähm... Was macht das? Ach, Sanity macht das weg? Echt? Oh, guck mal hier, da ein Touchzone! Anmachen, anmachen! Der geht aber dann Together irgendwie nicht so ganz an. Ja, keine Ahnung was. Vielleicht fehlt da mal irgendwas? Vielleicht muss man da irgendwie erst was geschafft haben dafür oder so? Komisch, das ist ja blöd. Aber, na gut, nee. Das ist ja eine Mechanik, die brauchst du ja auch gar nicht mehr unbedingt. Wir können uns ja gegenseitig wiederbeleben. Quasi... Weißt du? Versteh mich richtig. Wir sind Baumfällen, das hab ich noch nie gemacht. Stopp! Hey, das ist Zahnbaumfällen. Das ist Synchron. Ach, die verlieren dann natürlich keine... Ihr wisst schon. Keine... Wie heißen die Dinger überhaupt? Tannenzapfen! Ich hab hier Nüsse gefunden. Nüsse? Ja, das sind die Samen von den Dingern halt, ne? Also, wie halt so Nüsse sind. Große, dicke Nüsse. Das ist toll. Große, dicke Nüsse. Und ich nehme an, Samen hast du auch dabei. Ich kann mich kaum halten. So, hier drüben muss ich noch mal... Leider gibt's ein Stückchen mit Knöpfen. Oh! Oh, ein True Tarn! True Tarn töten! Perfekt. Ey, du bist essbar, komm her! Ey, nicht da hinlaufen! Das ist ganz falsch. Also, wenn du den True Tarn erwischst, bist du echt gut. Naja, nee. Man muss ihn halt in die Ecken von der Karte treiben. Dann hängt er fest und... Ich bin grad viel zu doof dafür, tut mir leid. Aber so rum ist es gehen. Oh, hier sind Flints! Nee. Achso, ich könnte mit dem Pickaxe mal so ein paar Steine kaputt machen. Sind da Steine? Wo sind da Steine? Ach, da hinten sind Steine. Ne, hier sind Kleber. Ey, jetzt steht da hier rum, der scheiß Dreckschkehl. Ich bin nicht für euch, aber ich geh gleich zu euch. Warte mal kurz. Oh, was ist das denn? Ähm... WTF, WTF? Wo ist mein Windrad? Nein, das brauch ich gar nicht. Die Axt. Das klingt so aus, als soll ich mal kurz zu euch. Was ist ein Windrad? Oh, das sind die Kröten. Die sind ziemlich gefährlich. Die machen, dass du Sachen droppst und... Das sind Flints. Cool. Ach, das sind deine wahrscheinlich, ne? Die Ponds sind cool. Mit den Spinnennetzen kannst du dir halt... Nein, Nitro braucht keinen Mensch. Mit den Spinnennetzen kannst du dir halt, äh... Eine Angel bauen. Und da kannst du dann Fisch aus den Ponds holen. Die machen ziemlich satt und gesund. Feine Sache das. Damit kannst du später Schießpulver bauen. Aber ich glaube, das dauert noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 Folgen, bis wir da sind. Ich bin hier oben links bei Nigo übrigens, falls du mich suchst. Äh, oben links... Links ist... Fachleute sprechen von Nordosten. Bei den Gräbern? Da sind wir schon vorbei. Aber ja, das ist die richtige Richtung. So, ich habe für jeden einen Hasen. Oh, krass, du bist ja fleißig. Mein Gott. Guck mal, lass mal hier lang gehen, wo es so orange ist. Nein, nein, hier ist Gold. Das will ich haben. Oh, das ist Gold. Da komme ich auch mit hin. Apropos, Picks bauen, wollte ich da vorhin. Ich dachte... Den Hammer kann man hier einfach so bauen. Und ich glaube, wenn es das nächste Mal Nacht ist, müssen wir uns auch mal einen Cut machen. Wenn wir so 20- Minuten machen wollen? Mal ein Rechungsfolger. Ja,jar coulds. Ich weiß, ich weiß. Jetzt lasse, glaube ich, dann genauso in den 20-Minuten. So. Ich pflück jetzt alles, was unter die Flossen kommt. Steine, Steine, warum nicht? Das wäre dann nicht schlecht, wenn wir mal langsam Büffel finden würden. Wegen AA meinst du? Ja, wegen ganz viel AA. Ja. Aus hygienischen Gründen lage ich das halt immer in Chesty. Wir können ja anfassen, das Zeug. Gold! Ey, total gut, dass du so einen Hut auf hast, weil sonst wäre das total verloren. Gold? Wo bist du schon wieder? Bist du schon wieder bis nach Klondike gelaufen? Ja, ähm, südwestlich wieder. Jaja, ich seh dich ja noch, noch bist du eingezahlt, aber nicht mehr besonders groß. So ein kleiner Wolfgang, das bin ich. Ja, Wolfgang, ey, ich hatte den ja auch, ich hab ja auch immer Random House gespielt. Ich will auch Spaß haben, was macht der da? Scheitwurz. Der Blumenkranz, den sollte man nicht unterschätzen, weil der macht dich geistig fitter. Der beruhigt die Nerven steht dabei. Ich glaub, irgendwie 1,3 Punkte pro Sekunde oder so etwas. Genau. Wenn man also mental nicht so fit ist, Blümchen pflücken und danach Blumenkranz machen. Ja, mein Herz ist nicht so fit. Ja, das ist ganz gut. Da ist, yo. Ja, das ist deine Helds. Deine Hitpoints. Äh, das krieg ich dir denn wieder fit? Blumenfressen. Äh. Blumenfressen, Karottenfressen, die gekochten Beeren helfen dabei. Äh, im Sumpf gibt es, im Sumpf gibt es so Mücken, wenn man die, ähm, tötet, tun sie ja irgendwie sowas abgeben. Aber die sind echt selten. Und halt die Spinnendrüsen. Aha, nein! Was denn? Die Spinnendrüsen machen das? Nein, nein. Oh Gott. Wie ist das denn? Was? Nein, lass es sein. Nein, mein Gott, nein, weg hier, nein, Tollwurz, nein, 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 wir gehen woanders hin. Ja, das hat dir gescheitert. Lauf um dein Leben. Die sind so grantig. Ich lauf Chester daher. Die kann man aber, man kann die ziemlich gut kiten, aber die sind echt grantige Kollegen, weil die so schnell sind. Die gehen immer aus ihrem Territorium nicht raus. Also wenn wir jetzt ein bisschen nach Süden gehen, dann müssen wir die los sein. Am besten lockt einer von denen, einer von uns, den Vogel weg und der andere holt sich's ein. Ja, das ist nämlich ein wertvoller Rohstoff, ne? Ja, komm mal her, komm mal her. Putt, 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 putt. Hallo, ich will dann einen klauen. Ich hoffe es nicht. Ah! Das war nicht freundlich, jetzt holt mir irgendjemand das einen. Ja, ich bin da, ich arbeite dran. Hab's. Und Flucht, schnell. Ja, Flucht, nicht draufschlagen. Der ist, äh, du bist ein Spacko. Jetzt ist doch gleich Nacht. Jetzt müssen wir dich hier wieder benehmen, wo, wo, na ist egal, ich lass es da liegen. Es wird gleich dunkel. Miko, komm mit. Ja, soll ich nicht, Katja? Miko, hier unten ist Feuer, da kommst du jetzt hin. Hoi, hoi. So, zack. Genau, weil hier haben wir sogar was zu tun für die Nacht. Uh, jetzt geh mir aus dem Weg, Alter. Geh mir aus der Sonne. Ja, Mann. Ganz ruhig. Ganz ruhig hier. Ganz lau, ganz lau. So, ähm, zack. Und dann macht das Bäumchen fett. Ich hoffe, die scheiß Tor wird. Oh, mir ist das Licht. Ja, du bist ein ganz helles, ganz, ganz heller Birne. So, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier mal von der ersten Folge. Es geht uns, wir sind ein bester körperlicher und geistiger Fassung, außer Kandeloni. Und, ähm, genau. Hallo, Leute. Bis nächste Folge. Ich nochmal, Knöpfchen, Pause. , ne?